Die Let's Dance-Lieblinge Zolt Sandor Checke und Malika Chumev sind privat ein Paar. Bereits vor Monaten verbreitete sich ein ungeheures Gerücht über die beiden. Zolt Sandor Checke und Freundin Malika Chumev durften in Staffel 17 von Let's Dance zurückkehren. 2024 startete für sie glorreich. Nachdem sie die Let's Dance Profi Challenge am 26. Mai 2023 für sich entschieden hatten. Eine wohlverdiente Belohnung, nachdem Zolt in der Vorwoche mit Promi-Tanzpartnerin Julia Beautix nur knapp am Sieg der 16. Let's Dance Staffel vorbeigeschrammt war. Der Profi und die Web-Videoproduzentin konnten sich damals zwar gegen Philipp Boy und Patricia Ionel durchsetzen, hatten aber gegen Anna Ermakova und Valentin Lusin das Nachsehen. Nach Live-Show 4 ist für Zolt und Tanzpartnerin Lina Larissa Strahl 2024 leider schon wieder Schluss. Lebensgefährtin Malika schlägt sich mit Tanzpartner Gabriel Kelly jedoch umso besser. Let's Dance Hatte Malika Chumev gar keine Lust auf Zolt Sandor Checke? Als Trost bleibt Zolt Sandor Checke, dass er sich nach seinem Profi-Challenge-Sieg mit Malika irgendwie doch als Let's Dance-Gewinner 2023 bezeichnen kann. Dass ihm die Auszeichnung zum besten Profi-Tänzer der 16. Staffel zuteil wurde, liegt sicherlich vor allem daran, dass er mit Freundin Malika großes Losglück hatte. Seit Jahren tanzt das Duo zusammen, ist perfekt aufeinander abgestimmt, und das, obwohl Malika anfangs angeblich gar nicht mit Zolt tanzen wollte. Sie sei ein Stück weit dazu erpresst worden, hieß es in der Sendung scherzhaft. Doch wie war es denn nun genau? Das verriet das Liebespaar vor einigen Monaten in einem Let's Dance-Aftertalk. Jetzt haben wir gestern aber auch gelernt, dass ihr ja auch so ein bisschen in die Beziehung reingezwungen wurdet. Du wolltest gar nicht eigentlich ursprünglich nicht mit Zolt tanzen, hakt der Interviewer in einem Clip nach, der nach wie vor auf dem offiziellen Let's Dance-Instagram-Account zu finden ist. Wieso eigentlich nicht, hakte daraufhin auch Zolt lachend bei seiner Partnerin nach. Let's Dance – Tanzen als Partnerbörse Malika Chomev und Zolt Sandor Checke sind seit rund neun Jahren ein Paar. Das Ganze sei natürlich witzig gemeint gewesen, so Malika damals. Es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, du musst mit ihm tanzen, es gibt keine andere Auswahl. Ihr Trainer habe gesagt, Zolt sei, tanzverrückt, und, entweder Zolt oder gar keiner. Er meinte das wirklich in diesem positiven Sinne. Also, ich wurde nicht dazu gezwungen, stellte sie klar. Wahrscheinlich habe das Schicksal es so gewollt, schwärmte Malika Chomev dann. Nein, ich wollte das, betonte ihr Liebster. Es ist nicht selbstverständlich, also sollte man für alles dankbar sein, was man bekommt, so das Schlusswort der Tänzerin. Seit 2015 tanzen Malika Chomev und Zolt Sandor Checke zusammen. Seit rund neun Jahren sind sie auch privat ein Paar.